Musik Ich arbeite ja unter der Marke Glückskind und warum ich mich als Glückskind empfinde, ist, es gab zu jedem Zeitpunkt in meinem Leben mindestens einen Menschen, mindestens. Der an alles Gute in mir geglaubt hat und der mich gefördert hat und mich getröstet hat, mich angenommen hat und mich unterstützt hat. Und jetzt, liebe Menschen, ist der richtige Zeitpunkt, dass wir einander nähern, dass wir uns verbinden. Niemand muss allein sein und was wir jetzt bewegen können, wenn wir Gleichgesinnten einander finden, wir, die wir einen hochqualitativen Lebensraum aufrechthalten oder auch neu schaffen wollen, wenn wir Güte und Mitgefühl und Lebensfreude verbreiten und stärken wollen. Gemeinsam können wir viel mehr erreichen, verbinden wir uns. Die Sabine und ich, wir freuen uns, wenn ihr euch melden möchtet, wenn wir unser Netzwerk ganz groß spannen über die ganze Welt. Gemeinsam sind wir wirklich wirkungsvoll und stark und können ganz viel Gutes auf dieser Erde bewirken. Schützen wir uns und unseren Planeten, tragen wir liebevolle Botschaften in die Welt und pflanzen wir Bäume. Danke.